Test, Test, Test. Sollte eigentlich passen, gell? Das Jahr 2022 war ein sehr aufregendes, spannendes Jahr. Und ich habe mir gedacht, mit dem heutigen Tag endet das Jahr 2022. Und ich habe mir gedacht, wir schauen uns doch mal heute die schönsten Momente des Jahres an. Das Jahr 2022... Das Jahr 2022 war sehr spannend und sehr aufregend. Das Jahr 2022 war sehr spannend und sehr aufregend. Es gab viele Ups und Downs und es war für die meisten Leute wahrscheinlich kein sonderlich einfaches Jahr. Allerdings, ja, eine Woche ohne Internet auszukommen. Ich glaube, das wird nochmal, ja, nochmal etwas heftiger. Ich glaube, das wird nochmal etwas schwieriger. Nach den Challenges... Was sich auch über die längste Zeit eigentlich gezogen hat. Nachdem es ganz viele Videos gab zur BK-Show, haben wir am 31. Oktober zu Halloween... Oder am 30. Ist Halloween der 31. oder 30.? Ich weiß es gerade nicht. 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 Ich weiß es gerade nicht.